Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in War on the East 2. Diesmal geht es ja wirklich los. Letztes Mal eine Planungsrunde. Ich hoffe, dass euch das allen soweit gepasst hat, auch wenn ihr natürlich wahrscheinlich in großen Teilen oder mit einigen Teilen meines Plans vielleicht nicht unbedingt zufrieden seid. Aber ich habe mich jetzt mit mir auf diesen Plan geeinigt, den werde ich jetzt auch so durchziehen, wie einigermaßen ist und freue mich jetzt darauf, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Schauen wir uns an, was wir mit der Luftwaffe noch machen. Tatsächlich habe ich jetzt auch beim letzten Zug relativ viel noch händisch verschoben. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich, wenn ich ein Spiel nochmal neu beginnen würde, würde ich mich auch deutlich mehr und intensiver um die Luftwaffe kümmern. Ich habe tatsächlich jetzt auch mal einzelne Staffeln verlegt. Da ist also alles soweit in Ordnung. Ich habe ein paar Aufklärungsaufträge. Wir haben natürlich nach wie vor einen Aufklärungsauftrag hier bei Rostow. Ich möchte sehen, wie viele feindliche Divisionen hier noch ankommen und Druck auf Rostow machen. Dann haben wir einen... Moment mal, der ist noch gar nicht richtig aus... Doch, der ist schon ausgeführt. Wir haben bloß schlecht sehen. Aufklärungsauftrag hier oben. Luftüberlegenheit nach wie vor bei Moskau. Die Sowjets verliehen unglaublich unfassbar viele Flugzeuge bei ihren Ständigen, versuchen Moskau über die Luft zu versorgen. Das kommt uns zugute. Wir haben ja auch 318 Jäger, die das Ganze mit unterstützen. Und dabei bleibe ich auch. Die Strategie ist recht erfolgreich. Und einen weiteren Luftaufklärungsauftrag hier oben im Großraum Leningrad. Wir haben ja doch einiges an sowjetischen Angriffen und auch an Divisionen, die sich hier schwerpunktmäßig gebildet haben. Auch da möchte ich wissen, was läuft. Ansonsten habe ich viele Kleinigkeiten vorgenommen bei der Luftwaffe. Verlegung von einzelnen Einheiten. Wir haben teilweise... Ja, ich habe da viel Schmarrn gemacht. Also da waren einige Staffeln, die weit hinter der Front waren. Das wird jetzt alles erledigt, dass wir dann im Sommer auch ordentlich zuschlagen können. Jetzt starten wir mal die Air Directives. Na, warum sind wir jetzt so nah dran? Fast zu nah dran. Schon 533 Aufträge geflogen. Wir werden am Ende wahrscheinlich wieder weit über 1000 rauskommen. Gut, damit sind wir da durch. Ich schaue mir jetzt gerade mal an, inwieweit unsere Aufklärung hier auch erfolgreich war. Ja, wir können hier sehen, also bei Rostoff ist unsere Aufklärung ziemlich hell hier. Hat ganz gut geklappt. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr genaues Lagebild. Hier ist so gut wie nichts geflogen. Und im Norden ist auch nicht wirklich viel passiert. Es ist ein bisschen heller hier. Da ist also unsere Aufklärung relativ ungenau. Sei es drum. Wir fangen an. Und zwar... Wisst ihr was? Wir fangen im Norden an. Wir hatten ja im Norden doch auch den einen oder anderen Angriff. Lassen Sie es uns nochmal anzeigen. Hier war das Gefecht gegen die 12. Infanterie-Division, die ich leider noch nicht genau zusammenführen konnte. Die haben quasi, ja, ich sehe es mal so einzeln gekämpft als Regimenter. Mussten sich zurückziehen. Wir haben einen weiteren Angriff hier südlich von Siastreu mit 1 zu 16,1. Super gehalten. 1 zu 3,2. 1 zu 5,3. Also tatsächlich in dem Bereich erstmal kein größtes Problem. Aber wir haben natürlich doch relativ viele Divisionen hier stehen. Und ich muss hier aufpassen, dass wir nicht ein größeres Problem bekommen. Mit unter anderem auch ein Grund, warum ich natürlich schauen möchte, dass wir die Nachschublinien hier in diesem Bereich unterbinden. Von Scherepovets ausgehend, das wird ein bisschen dauern. Die Eisenbahnlinie, die hier rüber geht, über Caboza, Pestovo, Sandovo, Ovinice, das, denke ich, sollten wir ein bisschen schneller erledigen können. Gut. Machen wir nochmal weiter. Die Divisionen, die Regimente legen wir jetzt mal zusammen. Und natürlich stellen wir die auch hier wieder in die Verteidigungsstellungen. Verteidigungswert von 12 gegen 9 und 5. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier eventuell direkt einen Angriff wiesen. Das Wetter gerade hier eigentlich. Schneefall, also keine Blizzards mehr. 28,2 zu 19,1. Ich würde sagen, das wagen wir mal. Gut, schauen wir mal. Werden wir auch, denke ich mal, diesen Angriff machen. Wir haben 28,2 zu 19,1. Könnte knapp werden. Schauen wir mal. Jawohl. Die 72. Und die 234. Die Schützedivision zum Rückzug gezwungen. 2.300 Mann Verluste bei den Sowjets. 428 Mann bei uns. Das lief gut. Die Frage, rücke ich jetzt hier nach oder nicht? Ich denke, ich sollte hier bleiben. Denn ich bin ja immerhin eingegraben mit Stufe 1. Ja, da könnt ihr euch, da denke ich, da werden wir bleiben. Dann haben wir unten, was haben wir hier, die 886. Die soll natürlich nicht mehr Reserve sein. Hatten wir hier Angriffe. Ja, den haben wir aber sehr gut gehalten, hier den Angriff. Würde bedeuten, wir könnten eigentlich diese Division ebenfalls noch angreifen. Munition hat die 21. Infantrie-Division genug. Die 223. Die Schützendivision in die Flucht geschlagen. Auch hier denke ich, werde ich erst bei den Stellungen bleiben. Ah, Moment. Ich habe hier auch noch die 86. Infantrie-Division. Vielleicht drücke ich mit der schon mal ein Feld vor. 23,7 zu 13,8. Sache ist allerdings die, die 254. Infantrie-Division hat bloß noch 69% Munition. Wenn ich jetzt hiermit angreifen sollte, würde mir sehr viel Munition verloren gehen. Und den Angriff hier hat die 254. Infantrie-Division aber mit Bravour gehalten. Würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ja, belassen wir es dabei. Gehen wir die Front hier weiter runter. Ja, hier ist natürlich eine große Lücke. Wir haben jetzt hier auch keine Sowjets, die hier drin stehen. Ich bin tatsächlich geneigt zu sagen, ich sollte noch mehr Einheiten hier nach Westen verschieben. Oder lassen wir die da so stehen. Ne, ich glaube, die kann ich hier so stehen lassen. 6 von 9. Eingraben mit 3. Eingraben mit 3. Hier. Wisst ihr was? Ich ziehe jetzt doch hier die 86. Hier noch hier mit hoch. Und dann schaue ich, ob ich hier vielleicht noch irgendwas freimachen kann. Das ist die 126. Infanterie-Division. Breit verstreut, aber ganz gut eingegraben. Hier haben wir die 183. Auch breit verstreut, aber auch gut eingegraben. Das heißt, ich kann hier eigentlich die erste Infanterie-Division, könnte ich vielleicht freimachen. Ich schiebe mal die 183. Ne, ich lasse sie hier stehen. Bleibt so. Die lasse man hier stehen. Schauen wir mal im Norden jetzt von Moskau. Hier noch ein Angriff, den haben wir eindeutig abgewehrt. Hier oben, direkt nördlich von Moskau, haben wir es ein bisschen schwerer gehabt. Mit 1 zu 1,1. 1 zu 2,5. 1 zu 3,1 hier oben. Im Osten liefen die Angriffe sehr, sehr schlecht für die Sowjets. Das heißt, ich muss schauen, dass ich hier oben wieder für etwas Entlastung sorge. Und auch hier muss ich mich ein wenig umorganisieren. Wisst ihr was? Fangen wir gleich mal an von Norden bis Richtung Moskau, dass wir uns durchorganisieren. Ich muss die Einheit ein bisschen neu aufstellen. Wir schauen uns mal an. Das zweite Chor hat derzeit sieben von neun möglichen Befehlshaberpunkten. Das heißt, wir können hier noch eine Division mit reinbringen. Das wird dann die hier sein. Die bringen wir zum zweiten Chor mit dazu. Das sind jetzt wichtige Tätigkeiten, die wir jetzt im Laufe der nächsten Wochen immer wieder machen müssen. Neun von neun ist die maximal ausgelastet. Dann das 28. Chor. Sechs von acht. Da passt also noch eine Division dazu. Da werden wir uns auch noch eine mitnehmen. Und zwar hier. 28. Chor. Die 21. Infanteriedivision gehört ebenfalls zum 28. Chor. Warum mache ich das jetzt? Ich mache das deswegen, weil wir die Einheitenorganisation im Raum Moskau natürlich komplett umsortieren müssen. Und tatsächlich sollen laut Plan die 16. und die 18. Armee eigentlich bis runter bis nach Moskau verteidigen. Dementsprechend schaue ich, dass ich jetzt die einzelnen Chors und Armeen möglichst auslaste. Die 16. Armee ist jetzt bei 27 von 27 Befehlshaberpunkten. Das heißt, wir sind hier eigentlich durch mit der... Ja. Das Chor hat ein bisschen wenig. Vier von neun Führungspunkten. Hier sechs von neun. Gut. Wie sieht es denn aus? Wir haben hier zwei Einheiten in Vishny Voloshek, die neu aufgestellt werden. Die 93. ist auf 94%. Munition fehlt noch ein bisschen. Und die 106. ist auf 100%. Das heißt, ich würde die jetzt tatsächlich jetzt erstmal hier lassen. Einfach nur, um... Um den weiteren Munition... ...zukommen zu lassen. Wobei... Weißt du was? Wir haben hier tatsächlich noch ein... ...leichtes Problem. 1 zu 1,4. Genau, da wird es ein bisschen knapp. Da sollte ich eigentlich noch eine Division hinstellen. Am meisten Munition hat die 93. Dann nehme ich mir die 93. Gehe auf Ready und führe die... Komme ich hier überhaupt hier mit der 93? Nein. Jetzt habe ich wieder mehrere Einheiten gezogen. Das war natürlich jetzt Blödsinn. Das war jetzt natürlich ein Schmarrn, ja. Die 106. Ich sehe schon, heute ist... Gut. Die 93. bleibt da. Zweite Regiment, 251. Führe ich jetzt hier hoch. Dann ist die Division auch wieder zusammen. Und dann stehen wir da eigentlich... ...einig ganz gut da, denke ich. Vielleicht können wir sogar noch einen Angriff hier führen. Wir hätten hier 6,8 zu 6,8. Nein, das macht keinen Sinn. Belassen wir jetzt dabei. Die 18. Wie ist denn die derzeit ausgelastet? Die 18. Armee hat derzeit 24 von 27 Befehlshaber... ...Führungspunkten ausgegeben. Und die einzelnen Cores sind aber auch mit 8 von 9... ...derzeit am Limit. Da kann ich nicht mehr viel machen. Dann geht es an die Organisation für die 2. Armee. Das ist noch die Frage, ob ich hier oben vielleicht noch Angriffe führe. Einfach um den Sowjets hier Schaden zuzufügen. Ne. Wir sparen uns das mal. Wir sparen uns die Munition hier auf. Auch bei, wir haben echt viel Munition hier, gell? Wir haben echt ordentlich viel Munition. Was hält man denn hier für einen Angriff? 30,0 zu 8,2. Das machen wir. Klappe 5000 Mann Verluste bei den Sowjets. So. Organisieren wir ebenfalls mal um. Wir haben die 96. Infanteriedivision. Die gehört zum 38. Korps. Die gehört zur 3. Panzerarmee. Die müssten auch mal dringend aufgestockt werden. Die organisiere ich jetzt auch um. Schauen wir mal, ob wir hier ein Korps in der Nähe haben, wo das hinpasst. Also, ich habe es auch schon angedeutet, dass wir natürlich die nächsten Züge hier sehr viel organisatorisch werden machen müssen. Das Korps ist ausgelastet. Das Korps hat noch Platz. Das ist das 42. Dann hängen wir jetzt die 96. ans 42. Ans 42. Korps, dann passt es. Warum nehme ich die heraus? Die 1. Panzerarmee soll natürlich hauptsächlich mit Panzerdivisionen und motorisierten Divisionen ausgestattet werden. Dementsprechend kann ich die Infanterie, die Infanterie-Divisionen jetzt erstmal rauslösen. Und die 2. Armee, nochmal zur Erinnerung, die wird ja die Aufgabe haben, zum einen hier nach oben einen Teilbereich zu sichern gegen feindliche Gegenangriffe. Und wir müssen aber jetzt auch Einheiten bereitstellen, um Moskau mit dieser Armee einzunehmen, mit der Armee und der 9. Schauen wir jetzt nochmal, was wir hier noch haben. Genau, das heißt, wir sind jetzt hier sehr, sehr viel am Umorganisieren. Verteidigungswerte 319, 17, 39 sind wir ein bisschen schwach aufgestellt. Wir hatten hier auch drei Angriffe. 1 zu 1,1, 1 zu 2 und 1 zu 3,8. Das heißt, es wäre nicht verkehrt, wenn ich diese Division hier irgendwie verstärke. Ja gut, ich habe hier aber auch ein Reserve-Core. Oder stecke ich hier erst die Reserve da hoch? Ja. Ich stecke die erst die Reserve da hoch und führe die leichte Division runter. Die ist eh schon 60% Soll-Status. Die sind auf 76. Führe ich die mal zurück. Hier ist derzeit kein Platz. Da schafft man Platz, denn die dritte Motorisierte kann ich schon mal zumindest andenken. Die wird weiter Richtung Süden geführt. Ja, ich brauche die Motorisierten-Core jetzt vor allem im Süden. Die zweite Armee, wie ist denn die jetzt ausgestattet derzeit? Das ist jetzt 16 von 27 Führungspunkten. Das heißt, wir können noch einiges da reinstecken. Wir haben zwei Cores. Die Cores sind allerdings schon auf Maximum. Okay. Da kann man also nicht allzu viel machen. Zweite Armee. Ja, ich bräuchte noch ein drittes Core hier. Wisst ihr was? Und das dritte Core, das hole ich mir. Und zwar hole ich mir das dritte Core aus dem Bereich hier unten. Den brauche ich nämlich nicht mehr. Das 23. Core ist natürlich jetzt relativ weit weg. Ich führe die jetzt trotzdem mal hier hoch. Und dann verstärken wir die zweite Armee um ein weiteres Core. Da sind sie. Schlagen wir die auch gleich mal zur zweiten Armee dazu. Und dann kann ich hier oben die Cores wieder etwas umsortieren. Bewegen kann ich die derzeit nicht. Oh, warum hat die Farbe nicht geändert hier vom zweiten Core? Das ist ja interessant. Das ist vielleicht ein kleiner Bug. Set Color. Und setzen wir die auch mal hier auf ein Gelb. Set Formation Color. Ja, sieht auch schon viel besser aus. Ist nicht genau derselbe Ton, aber noch einigermaßen. Absetzen lassen kann ich sie nicht. Trotzdem werde ich jetzt hier oben die Einheiten ein bisschen umstrukturieren. Wir haben die 290, die 20. Motorisierte Division, die werde ich hier schon mal rausführen. Die brauche ich dann für meine Angriffe. Tut mir das auch leid, wenn ich jetzt relativ lang immer mal schweigsam bin. Ach, hier hätte ich noch ein Chor gehabt. Hier hätte ich noch ein Chor gehabt aus der dritten Panzerarmee gehört. Das brauche ich eigentlich bei der dritten Panzerarmee auch nicht. War jetzt wahrscheinlich Schwachsinn, dass ich diese Einheit verlegt habe. Kann ich aber nicht mehr rückgängig machen. Nee, das geht nicht mehr. Schauen wir mal, sieht die zweite. Können wir hier einen rausführen. Die 28. leichte Division hier runter. Auf Refit. Müssen wir die wieder neu aufstellen. Und jetzt schauen wir, was wir noch der 2. Armee zuführen können. Ich gehe mal davon aus, hier die 11. Infanteriedivision. Die werde ich ebenfalls, ja, da organisiere ich jetzt um. Dass wir die 2. Armee stärker machen. Und zwar wird die 11. Division ebenfalls das 23. Chor. Hier ist es, 23. Chor. Alles ein wenig umorganisieren. 35. Hier bietet sich, denke ich, ein Angriff an. Ich schaue mal, ob wir die Sowjets hier rausbekommen. 28,1. 34,8 zu 28,1. Das ist mir zu knapp. Da spare ich mir lieber die Munition auf. Da spare ich mir lieber die Munition auf. Ich glaube, dass das sinnvoller ist. Dann die Polizeidivision. Das ist ja immerhin, in Anführungsstrichen, eine Elite-Division. Die brauche ich tatsächlich, wisst ihr was? Die schmeiße ich auch zur 2. Armee. Die sollen uns helfen, dabei Moskau einzunehmen. Kommt die ebenfalls zum 23. Chor mit dazu. Übrigens für die Tätigkeit, ich habe es, glaube ich, schon oft genug gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass mir sowas auch viel Spaß macht. Aber das ist natürlich essentiell wichtiger Bestandteil, dass man natürlich sich auch um die Organisation hier Gedanken macht. Und tatsächlich kann sowas echt auch Spaß machen, auch wenn ich jetzt diese Einheit hier etwas ungünstig zugeordnet habe. Ist da was? Ah, ich kann sie nicht mehr zurücknehmen, gell? Nee. Gut. Leider an der falschen Stelle ein bisschen Schmarrn gemacht. Bedeutet aber auch, dass ich vielleicht hier, kann man hier noch irgendwas machen? 25,0 zu 14,2, das mache ich jetzt. Auch recht erfolgreich für uns. Drei Einheiten hier panikartig in die Flucht geschlagen. Die Verluste waren relativ gering bei den Sowjets. Und nochmal zur Erklärung, die sind jetzt nicht zerstört, aber sie können jetzt die nächsten ein, zwei Runden nicht mehr mit angreifen. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Ist die Frage, ob wir hier auch ordentlich verteidigt haben oder verteidigen können. Die 269, die sieht wirklich schwach aus. 34% bloß noch, die muss ich hier auch rausführen. Depot, habe ich hier erstmal keins in der Nähe. Ja, führe ich sie erstmal raus. Okay. Was sollte es für den Bereich tatsächlich jetzt erstmal gewesen sein? Verteidigen können wir hier gut. Angriffe noch hier. Nochmal testen. 31,6 zu 28,1. Nee, dann halte ich mir die Munition lieber eng beinannt. Gut. Schauen wir mal im Bereich der 9. Armee. 30. Infanterie-Division. Und die 161, die 30. gehört natürlich jetzt hier immer noch zur Panzerarmee. Brauchen wir nicht. Schauen wir uns mal an, wie es denn aussieht bei der 9. Armee. Die 9. Armee hat 24 von 27 Befehlshaberpunkten. Das heißt, wir haben noch drei für drei Platz. Eine Division kostet zwei Führungspunkte. Jetzt ist die Frage, ob die Armee hier auch noch bei den Chors Platz hat. Das 6. Chor ist dicht. Das 20. Chor ist dicht. Und wen haben wir noch? Ja, die sind alle voll. Dann würde ich sagen, mache ich dann in der nächsten Runde. Ich werde die, welche von den beiden zieht man denn hier raus? Die hat 41%-Soll-Status. Ja, ich muss die 161. Die muss ich hier mal rausziehen. Wie stark sind wir denn in der Verteidigung? 19 bloß. Ne, die lasse ich hier auch noch erstmal stehen. Die werden wir dann derzeit noch lassen beim Motorisiertenchor. Schmeiße ich dann zur zweiten Armee dazu in der nächsten Runde. Ich denke, dass das sinnvoll ist. Die 212. Infanteriedivision, die muss neu aufgestellt werden. Die ist auf 46% runter. Die 256 ist sehr stark genug. Ziehen wir die raus, stellen die auf Refit. Jetzt geht es nämlich darum, dass ich die Armee natürlich wieder einigermaßen aufstelle. Die Totenkopf-Division, die brauchen wir hier auch nicht. Die kommt weiter in den Süden runter. Wir ändern uns die dritte Armee. Die wird ja irgendwo aus dem Raum Thula-Orel dann Richtung Voronisch ziehen. Das heißt, wir können die hier auch schon mal rauslösen und nach unten führen. Oh, hier sind wir ein bisschen schlecht aufgestellt. Die beiden Divisionen sind nicht mehr gut beinahnt. 161 ist auf 41% Soll-Status. Die 30. ist auf 57% Soll-Status. Die Polizeidivision sieht eigentlich ganz gut aus. Wisst ihr was? Die stelle ich jetzt tatsächlich. Jetzt haben wir hier schon nördlich von Moskau, dass wir das Feld schon mal eingenommen haben. Wir haben unsere Situation im Norden nachschubmäßig auch einen Tick weit verbessern. Aber was mache ich jetzt hier mit diesen Divisionen? Die 161. müsste eigentlich hier raus. Dann sind wir aber mit der Verteidigungswert recht schlecht, schätze ich mal. Was klar ist, die motorisierte Division ziehen wir hier mal raus. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich vielleicht dieses eine Hexfeld dafür mal einnehmen sollte. Ne. Die bewegen wir jetzt schon mal Richtung Süden runter. Ich muss ja dann auch mal hier irgendwann in die Stellungen kommen. Großes Umorganisieren hier. Und führen wir die 30. noch eben. Was haben wir hier für eine Division? Offenbarent Core. 57. Hängen wir die an 57. mit dran. Werden dann aber sicherlich zur 2. oder zur 9. Armee noch irgendwann übergehen. Stell die auf Reserve. Ah, Vertragungswert von 11 ist nicht viel hier. Hm. Gut. Dann habe ich hier oben noch gesehen, wo ist er denn? Da ist der Brandenberger, 4. Panzerarmee. Wo ist er denn, wo ist er denn? Wo habe ich denn jetzt die Chors? Ein Chor fehlt mir. Ist er schon so weit im Süden oder wo? Wo ist das verloren gegangene Chor von der 4. Panzerarmee hin? Bin ich jetzt? Ah, hier. Genau, den Erich von Mannstein. Der macht bei der 4. Panzerarmee überhaupt keinen Sinn. Die bringe ich jetzt mal weiter runter. Den werden wir zur 2. Panzerarmee versetzen. Allerdings erstmal natürlich unten in dem Bereich sind. Denn ich habe es ja schon erwähnt, die 4. Panzerarmee wird relativ rudimentär aufgestellt sein. Zwei Chors werden es zwar werden, aber ich muss jetzt hier nicht unbedingt den von Mannstein da mit reinnehmen, denn die großen Aufgaben warten im Süden und nicht hier im Norden. Die Verteidigung hier mit 11 gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich muss für diese Runde die 161 da noch da mit drinstehen lassen, sonst ist es hier zu gefährlich. Die 227. kann man ebenfalls zum Aufstocken stellen. Nehmen wir mal hier Kubinka. Gehen wir da auf Refit. Die haben wir letzte Runde hier rausgezogen. Die beiden Chors, da ist alles in Ordnung. Fliegerdivision ist ebenfalls in Ordnung. Ja, komm. Kann man das ja jetzt schon hier Richtung Süden verlagern. 36 ist der Motorisierte. Oh, mit der könnte ich weit ziehen. Ich ziehe jetzt mal nur die Hälfte der Distanz und dann kann ich immer noch schauen, ob ich sie anders in dieser Runde gewinnbringend einsetzen kann. Die beiden Einheiten bleiben definitiv auf Refit. Das ist in Ordnung. Zweite Panzerarmee kann ich ebenfalls schon mal nach Süden verlegen. Ich fange jetzt schon mal an. Die verlegen wir sicherlich ganz... Dritte Panzerarmee und die zweite Panzerarmee schon mal leicht Richtung Süden, damit sie hier schon mal weg sind, damit ich mich etwas besser darauf konzentrieren kann. Die 16. Infanteriedivision. Ja, ich würde auch sagen, die schlage ich dann der 9. Armee zu. Allerdings ist die 9. Armee derzeit noch voll. Was daran liegt, dass ich die 2. Armee gerade nicht voll machen kann. Also so schifft man in der nächsten Runde quasi weitere Einheiten zur 2. Armee und schifft Einheiten hier unten von der... und sagen wir, hier ist die 2. Panzerarmee, oder? Von der 2. Panzerarmee genau schifft man dann ebenfalls noch die Infanterieeinheiten hoch zur 9. Armee. Aber jetzt haben wir hier natürlich recht viele Einheiten stehen. Die es gar nicht so weit bräuchte. Vielleicht kann man tatsächlich hier auch schon einen kleinen Angriff starten. Oder zumindest rausführen. 48%, 83%, dann ist einfach die 17. Infanteriedivision. Kommt raus, wird rückverlegt und auf refit gesetzt. Wird es ein bisschen fit machen jetzt hier. Dann die 26. Infanteriedivision. Steht auch nicht mehr gut da. Ebenfalls, die werden wir ebenfalls rausnehmen und hier unten auf refit setzen. Lass uns jetzt mal Stück für Stück hier uns verbessern. Das ist auch mal für ein bisschen Luft hier in dem Bereich. 29. Infanteriedivision, Schützendivision geschlagen. 1700 Mann Verluste. Wir bleiben in unseren Stellungen. Noch leisten sie uns gute Dienste. Können wir ebenfalls weitermachen. 3,0 zu 0,8. Die 37. Schützenbrigade zurückgezogen. Ich frage mich gerade, wohnt sich hier ein Angriff. 31,9 zu 20,3. Was steht da drin? Naval Infanterie Brigade, eine Schützendivision und eine motorisierte Schützendivision. Wisst ihr was? Das probiere ich, wenn die da schon mal weg sind. Munition habe ich genügend. Ha, hat nicht geklappt. Da hat die Vorhersage gar nicht gestimmt. Wir haben jetzt 36.000 Mann angestimmt gegen 30.000 Mann. Haben geringe Verluste, die Sorbetts aber auch. Der Angriff, den hat es nicht gebracht. Schade, schade. Okay. Würde ich fast sagen, für diese Ausgabe, ich muss mir jetzt hier Richtung Süden noch ein kleines bisschen Gedanken machen. Würde ich sagen, passt es jetzt hier. Wir werden nächste Runde weitermachen mit Organisation der Einheiten. Und nicht vergessen, es wird natürlich auch noch spannend. Hier unten im Raum Rostorf. Wir werden diese Runde Rostorf noch angreifen. Allerdings arbeite ich mich jetzt quasi erst mal von Norden nach Süden durch. Hier ist schon ein ganz schönes Unterfangen. Hier die ganzen Armeen etwas umzusortieren. Bis zum Frühjahr müsste es allerdings doch einigermaßen zufriedenstellend abgelaufen sein. Ich habe ein paar Fehler gemacht heute. Aber ich hoffe mal nichts Dramatisches und hoffe, dass wir in der nächsten Folge die Fehlerzahl etwas reduzieren. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Ausgabe wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf alle Schlachtfälle macht es gut. Ciao, bis zu euch. Servus.